Wir erzählen, dass Murmeltiermenschen im Winter aus dem Bau kriechen, um sich eine Freundin zu suchen. Und dieses Abenteuer hat wieder einmal bestätigt, dass einfach jedes Tier irgendeine coole, manchmal überraschende Wildpower hat. Sogar Truthähne? Uh, tolle Idee für unser nächstes Abenteuer. Gleich nach der Werbung geht der Spaß weiter mit Sally Bollywood. Hm, das wird super versprochen. Die neue Serie. Willkommen auf der Dino Ranch. Hier gibt's ohne Ende Spaß. Schalt den Dino Turbo ein. Und täglich warten neue Abenteuer. Gute Teamarbeit, Ranchers. Manchmal schafft man es einfach nicht alleine. Nur bei Torgolino. Dino Ranch, die neue Serie. Ab Montag um 9 Uhr oder jederzeit in der Torgolino App. Jetzt kommt die Werbung. Hoch, runter, hoch. Crossed Signals. Irgendwann kommt jeder mal durcheinander. Wie lange kannst du durchhalten? Mit vier verschiedenen Spielmodi. Bloß nie die Signale verwechseln. Crossed Signals. Und los geht's. Oma und Opa sollten gleich hier sein. Ich gewinne, ich gewinne, ja. Wir sind da. Hallo. Pass auf, die sind echt schnell. So, wo ist der Fohl? Hey Oma, bist du heute vererste? Ich glaube ja. Erst mal abwarten. Big Brain Academy. Kopf an Kopf. Nur für Nintendo Switch. Jetzt neu. Die große Pferdewelt von Playmobil. Los geht's auf dem Trainingsplatz mit Pferdeboxen. Komm Sparky, wir gehen zum Reitturnier. Wow, super Sprung. Showtime beim Dressurreiten. So viele verschiedene Pferde. Oh, wie süß. Die große Pferdewelt von Playmobil. Jetzt neu. Kennt ihr schon die Togolino-App? Die App, die alles bietet, was Kinder lieben? Eine Riesenauswahl an Serien, spannende Hörspiele und Lieder zum Mitsingen und viele altersgerechte Spiele zum Entdecken. Für Kinder ab zwei Jahren. Intuitiv nutzbar und absolut sicher. Geprüft durch uns und durch euch. Ihr entscheidet selbst, wie und wie lange eure Kinder die App nutzen. Die Togolino-App für eure Kinder. Im Web und in der App. Zum Gucken, Hören, Spielen. Polly Pocket Schatoullen. Der Otter hat einen flauschigen Bauch. Innen ist ein Aquarium. Delfine, eine Wasserrutsche und eine Seepferdchenwippe. Verborgene Überraschung. Die Tiere können sich drehen. Polly Pocket Schatoullen. Polly Pocket. Olli, erzähl mal, wie wir diese limitierten Sneaker gefunden haben. Ich hab in den Bergen gesucht. Und im Trummel. Und schließlich. Jetzt mal im Ernst, Olli. Ich benutze einfach Winter. Da gibt es alle möglichen Sachen und Marken. Zu super Preisen. Hol dir die Vinted App. Du willst es haben? Hol sie bei Vinted. Das ist die magische Welt von MyGarden Baby. Mit den süßen Schmetterlingsbabypuppen. Das Baby will trinken. Jetzt Windeln wechseln. Oh, wir haben Besuch. Die Häschenbabys. Zähneputzen und ab ins Bett. Die MyGardenbabys zum Liebhaben. Das neue Barbie Magazin ist da. Mit spannender Geschichte. Mal, Rätsel und Bastelseiten. Und dazu ein tolles Smartphone-Set zum Spielen. Jetzt im Handel. LOL Surprise, Color Change Surprise. LOL Surprise, Color Change mit Farb wechseln. Wow, alle verwandeln sich. Sogar der Weib. Mit mehr Jungfrau. Die Familien wechseln ihre Farbe. LOL Surprise, Color Change Surprise. Neu. LOL Surprise, Color Change mit Farb wechseln. Gleich nochmal. Hey, auf geht's, Freunde. Hey. Wow. Guck mal, das ist Pepe. Na warte. Lecker. Und los. Wow. Und geschafft. Ferdi Fuchs Mini Würstchen. Für groß und klein. Barbie Extra. We got that extra-tastic, supersonic, extra car. Wheels, it's a rainbow thing. Wings with that extra plane. Oh, oh, wow. Cruising up over the... Barbie Extra Puppen und Barbie Extra Glitzer Cabrio. Das war die Werbung. Togo Radio. Die Radio. Nur mit meinen Wachmach-Songs. Die Radio. Nur mit der Extra-Portion. Kicher-Erbsen. Wie Radio. Nur mit dem Wissenskick, der voll abgeht. Wie Radio. Nur mit ich lache mich kaputt. Togo Radio. Wie Radio. Nur Togo. Togo Radio findet ihr auf www.togo.de. Wie Radio. Nur als ob ich es erfunden hätte. Betty, versuch einfach, dich wie ein Mädchen zu verhalten. Nein. Doch nicht so, Betty. Bis wir wissen, wie wir dich wieder in einen Hund verwandeln. Musst du so tun, als wärst du ein ganz normaler Mensch. Gut. Wie du willst. Ich meine, wie schwer kann es schon sein, auf zwei Beinen zu laufen? 100% Wolf. Heute um 18 Uhr. Na, na. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na-na. Sie und ihr Partner Sui sind bekannt als SPI. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Vielen Dank.